Herzlich Willkommen zum Coding Freaks Tutorial, zum neuen, wieder als Begleitung zum Artikel auf www.codingfreaks.de und heute geht es um ein cooles Feature oder ein Doppelfeature in Visual Studio 2010 Ultimate, das ich bisher ehrlich gesagt selber gar nicht kannte oder zumindest nur gestreift habe immer wieder und das ich jetzt für mich entdeckt habe. Wo fange ich an? Am besten wie im Blog auch mit dem Sample-Projekt, das habe ich hier schon mal offen. Es ist eine Solution und die besteht aus drei Projekten, letztendlich zwei Layer, wenn man so will. Die Konsole hier ist mein UI, ganz einfach, und ich habe hier Interfaces, die so ein bisschen was vordefinieren, was später genutzt wird und ich habe ein Logic Layer. Wenn man sich jetzt so ein Projekt anguckt, das ist ja nur relativ simpel, mit Absicht simpel gehalten, dann hat man eigentlich immer wieder das gleiche Problem, egal ob als Entwickler oder als Architekt oder wer auch immer. Man hat das Problem, man sieht anhand der Projektstruktur eigentlich nichts. Man sieht zwar, es gibt ein Startprojekt, das ist die Konsole in dem Fall, und man kann mal kurz F5 drücken, gucken, was passiert. Okay, da passiert was. Aber man hat eigentlich keine Idee davon, wie das Programm intern funktioniert. In der Ultimate Edition und nur da gibt es genau für sowas das Menü Architektur oder Architecture. In dem Fall wurde das nicht eingedeutscht, nebenbei bemerkt. Und was uns als erstes interessiert, ist hier der Windows-Bereich mit dem Architecture Explorer, beziehungsweise kann man den auch erreichen über Ansicht oder View im Englischen dann. Und dort gibt es den auch nochmal. Öffnet man den und hat man, wie ich, eine Solution geladen, dann hat man hier diesen Bereich Visual Studio mit der aktuell geladenen Solution als erste Auswahlebene. Man kann jetzt hier sagen, ich möchte ins Filesystem einsteigen. Ich mache das mal kurz und sagen, ich möchte mir irgendeine .NET-Assembly mal angucken. Kommt gleich noch. Oder man kann abgespeicherte sogenannte DGQL-Queries, also Direct Drive Query Language, aufrufen und sich angucken. Da komme ich später noch zu. Gucken wir erstmal in dem ganz normalen, hier oben, im Visual Studio-Bereich. Das heißt, wir gucken uns unsere Solution an. Man kann sich jetzt hier durchnavigieren. So ein bisschen ist das gemacht wie im Apple Finder, witzigerweise. Aber egal. Naja, ich gehe da nicht weiter drauf ein. Man kann sich ausrufen, ob man über die Klassen reingehen will oder über die Solution. Also quasi die logische Sicht oder die technische Sicht. Ich nehme mal die technische. Und das erste, was jetzt aufgeht, sind die Namespaces. Interessant ist jetzt hier, dass man das natürlich vergrößern kann, wenn man will. Und man kann hier drin auch suchen. Console und erfindet Console. Also auch Case-Insensitive suchen und so weiter. Und man hat kontextabhängig hier oben die Möglichkeit zu sagen, zeig mir nur bestimmte Sachen. Macht jetzt hier nicht so viel Sinn, weil es sind nur Namespaces. Aber man könnte das tun. Klickt man sich weiter durch, geht zum Beispiel auf die Interfaces, gelangt man hier jetzt auf die Typen. Wenn man auf den Typ klickt, also auf iBase, das Interface, gelangt man zu seinen Membern. Und bei seinen Membern ist letztendlich dann irgendwann auch Schluss. Bei diesem Label ist ein Getter und Setter drin. Und dann kommt nichts mehr. Dann ist er fertig. Klickt man zum Beispiel wieder zurück, zwei Ebenen, dann wird automatisch auch das angeglichen. So, unten am Rand sieht man nun mal, wie viele Elemente eigentlich enthalten sind. Das Ganze macht mehr Sinn, wenn wir uns das mal wirklich auf eine Datei angucken. Und zwar bin ich mal ganz frech und gehe auf cwindowsmicrosoft.net. Schön ins Framework rein, V4. Und wir gucken mal irgendwo bei System irgendwas, Configuration, System Core. System Core ist schön wichtig. Er lädt es. Ohne weiteres, ich klicke es an und erfahre hier, System Core hat 927 Elemente, die angezeigt werden können. Ich gehe jetzt mal auf AES Managed, komme ich hier rein, sehe, hat 27 Member, irgendwelche Art. Und gehe jetzt mal auf Key und sehe, Key ist ein Getter, Setter, ist also eine Property, wie man auch hier schon gesehen hat. Okay. So, also, eine ganz nette Übersicht. Kann das hier mal breiter ziehen. Aber es ist jetzt natürlich nicht viel mehr, als der Object Explorer nur anders anzeigt. Ich mache mal Objektkatalog. Ja, letztendlich hier kann ich das ja so ähnlich machen. Kann mich jetzt hier durchklicken und kann mir auch einen Überblick verschaffen. Aber mehr so auf der Vererbungsebene und auf der technischen Ebene, nicht auf der Architekturebene, wie das hier. Gut. Zurück zu unserer Solution. Ich klicke mal einfach alle Member an. Alle Namespaces an. Klicke dann alle Klassen an. Alle Namespaces, alle Klassen oder Typen oder was auch immer. In den Typen alle Member, die ich finde. Und in den Membern kann ich mit STRG A so lange STRG A machen, bis es nicht mehr geht. Gehen wir mal da weiter. So. Das ist quasi immer weiter der Drilldown. Irgendwann macht das natürlich keinen Sinn mehr, weil er immer wieder das gleiche auflöst. Also bleiben wir mal auf der Ebene. Alle angeklickt auf der Ebene. So. Wichtig also zu wissen, man kann hier immer Einzelne selektieren, mehrere selektieren, keine Ahnung. Irgendwas tun. Das ist erstmal nur interessant. Das nächste Wichtige ist, sind diese Buttons hier, die so kurz aufleuchten, wenn ich drüber gehe. Und zwar kann ich durch diese Buttons meine Auswahl hier sehr bequem einschränken. Also. Nehmen wir mal zum Beispiel die Types. Die gehören ja hierzu. Oder hierzu. Je nachdem, wie man es betrachtet. Klappe ich die auf. Dann kann ich sagen, zeig mir mal nur Member an. Nur Interfaces an. Aha. Nur Enums. Keine da. Nur Klassen. Das sind die. Oder zeig mir mal alle äußeren Elemente an. Das ist in dem Fall das gleiche. Contain by zum Beispiel. Alle möglichen Geschichten. Das ist nicht schlecht. Und das Ganze kann man, wenn man hier wieder zurück geht, hier reingeht, kann man das auch auf Methoden machen. Zeig mir zum Beispiel nur Properties. Wunderbar. Nur Structs gibt es keine. Typen. Methods. Interfaces. Members. Coole Sache. Ja. Also. Sehr mächtige Möglichkeiten. Jetzt geht es weiter. Jetzt kommt nämlich der Punkt, dass wir wirklich mal uns eine Methode anklicken. Und zwar in Order die Save Methode. Nehmen wir mal die. Was wir jetzt machen können mit dem Architekturexplorer. Wir können jetzt hier in die sogenannten Graphen einsteigen. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit in der Toolbar zu sagen, mach mir einen neuen sogenannten Dependency Graph. Also eine Abhängigkeitsanzeige, eine Abhängigkeitsdarstellung. Ich mach das einfach mal und dann drehen wir mal darüber. Ich klicke das mal an. So, dadurch geht, ich docke mal das Fenster unten an. Dadurch geht jetzt oben der Dependency Graph auf. Hier oben sieht man das. Das ist halt ein spezielles Fenster, das auch eine eigene Toolbar mitbringt. Hier oben. Und er zeigt uns in der Standardansicht, das ist die hier, Top to Bottom, zeigt er uns an, wie kommt man denn eigentlich bei allen angeklickten Namespaces, bei angeklickter Order-Klasse, bei Save, wie ist die architekturelle Sicht da drauf. Jetzt geht es erstmal los und man sagt sich vielleicht, nee, zeig mir das mal bitte als Cluster-Darstellung. Ändert sich nur die Darstellung, nichts weiter. Zeig mir das mal von links nach rechts, aufgehend und so weiter und so fort. Okay, nehmen wir mal zu Cluster zurück. Was auch cool ist, finde ich, ist diese Darstellung, die einem quasi in einer Matrix anzeigt, okay, wie wird was von wem genutzt. Das ist auch nicht schlecht. So, und wir haben hier oben rechts eine Legende. Darauf bin ich im Artikel gar nicht so eingegangen. Das lässt sich eigentlich in einem Blog auch viel besser zeigen. Diese Legende ermöglicht es uns, also einmal kann man die ausblenden, aber durch einen Rechtsklick können wir dort quasi zusätzliche Elemente hinzufügen. Ich wähle mal hier das wieder aus. Okay. Und können jetzt sagen, Add, Node-Property, zeigt mir mal alles an, was Public ist. Public ist in dem Fall noch nicht sichtbar, weil alles, was Public ist, soll blau sein. So, jetzt sehen wir über die Legende, die beiden Sachen sind Public. Order selbst, die Klasse und Save. Das Ganze, die Legende, kann man noch erweitern, indem man sagt, analysiere mir zum Beispiel mal das, was ich da sehe. Finde zum Beispiel mal die Hubs. Das hier ist ein Hub. Ein Hub in dem Fall ist etwas, das Verbindungen sternförmig hat, wie man sieht. Ja, zu allem möglichen. Und wird so und so dargestellt. Ich kann auf die Darstellung komplett Einfluss nehmen, Vordergrund, Symbole, keine Ahnung, auf alles Mögliche. Und kann das aber auch disablen. Kann also sagen, Hubs nicht mehr. Dann werden die nicht mehr dargestellt oder Enablen. Hubs wieder darstellen. So, so richtig lustig wird das Ganze, wie man sich vielleicht vorstellen kann, wenn man jetzt tatsächlich mal eine ganze Masse auswählt. Geht so, ich habe jetzt alle Namespaces, alle Typen und Interfaces und da drin alle Methoden. Teilweise doppeln sich die. Und erstelle daraus einen neuen Graphen. Graphen, Graphen. So, mit Steuerung und Mausrad kann ich jetzt hier bequem reinzoomen. Und jetzt sehe ich aber schon, wenn ich mir das genau angucke, Steuerung halten, dann kann man sich hier bewegen. Jetzt sehe ich schon, aha, das Ganze ist nicht einfach nur statisch oder so, sondern ich kann mir tatsächlich auch Beziehungen zu allem Möglichen angucken. Wenn ich jetzt sage, zeig mir mal Analyze, Find Hubs, dann sehe ich, es gibt jetzt natürlich sehr viel mehr Elemente, die wie ein Hub agieren. Die zeigt er mir sofort raus. So, ich kann außerdem sagen, jetzt natürlich, zeig mir mal alles, was abstrakt ist. Und zwar, mach mal abstrakte, bitte rot. Wenn sie abstrakt sind, mach sie rot. Gut, so, da sind meine beiden Abstrakten. Na, ich kann nicht zoomen. Jetzt kann ich wieder zoomen. Base ist abstrakt, sagt er, und im Base ist Save Abstract. Interessant. Das prüfen wir mal durch einen einfachen Doppelklick. Dann komme ich in Base, in die Klasse und sehe hier tatsächlich, die ist abstrakt. Funktioniert also wirklich. Sehr coole Übersicht. Kann man durchaus machen. So, und was jetzt auch noch dazu kommt, ist, wenn ich jetzt einen beliebigen Verbinder zwischen denen hier an, kurz mit der Maus drüber hover, sozusagen, kriege ich hier dieses Control. Und wenn ich dort in der Mitte klicke, dann kommt ein Fenster, in dem ich genauer festlegen kann, was ich eigentlich sehen möchte im Ergebnis. Ich klicke mal ruhig alles an, sage OK und jetzt generiert er mir daraus eine Darstellung. Hier zum Beispiel sehe ich, das umgebende Element ist Logic DL. Dann, da drin gibt es ein Namespace Logic. Da drin gibt es eine Klasse Base und diese Klasse hat eine Methode Base. Diese Darstellung hier ist abhängig davon, was ich in dem Graphen vorher, den können wir mal zumachen, was ich in diesem Graphen vorher angeklickt habe, welchen Verbinder. Ich gucke mal kurz auf diesen. Dann sehe ich schon, OK, hier sind schon mal zwei DLs mit drin beteiligt. Und ich sehe, Order ist ein I-Extended. Das sehe ich hier an dieser Verbindung. Also, ziemlich mächtige Geschichte. Direct Graphs kann ich jetzt exportieren, zum Beispiel jetzt XPS. Oder ich kann mir auch das dazugehörige XML angucken, weil es sind ja DGMLs nur. Ich kann außerdem das Ganze als DGML selber speichern. Speichern unter und dann als DGML. Und dann zum Beispiel mein Projekt ablegen und dem Team Foundation Server hinzufügen. Was ich aber auch tun kann, ist, in dem Menü hier unten, dass ich jetzt diese Abfrage, die ich jetzt hier gemacht habe, also dieses bis hier hin zu kommen, das finde ich interessant aus irgendeinem Grund. Das möchte ich meinen Mitarbeitern quasi mit zur Verfügung stellen. Also klicke ich hier zum Beispiel auf Save Query. Query meint, wie ist er da hingekommen? Weil dieses Tool hier unten, muss man sich vorstellen, ist nichts anderes als ein visuelles Interface, um diese Query zu erstellen. Und jetzt kann ich hier diese DGQL-Datei erstellen und auch die abspeichern. Machen wir mal Test. Wird abgespeichert bei Queries. Speichern. So, und kann jetzt hier über Infolders die Test jederzeit wieder herstellen. Gucke ich mir die an. So sieht die aus. Und sehe jetzt hier das Ergebnis quasi von dem, was ich da vorher hatte. Lande quasi auf dem Ergebnis und sehe sofort, das war sie. Sehr, sehr geniale Sache. Es gibt hier noch ein paar mehr Optionen. Man kann auch Drag & Drop benutzen. Das heißt, man kann eine Klasse von links da reinfallen lassen. Sollte man, wer die Möglichkeit hat, natürlich sich mal genauer angucken. Mein Ziel war es, dass man vor allen Dingen den Leuten zu zeigen, die die Möglichkeit nicht haben, weil sie kein Ultimate besitzen. Und vielleicht das ein oder andere Schmanker mal näher zu bringen, was man einfach in seinem normalen Arbeitsalltag nicht bekommen kann. Das war es schon. Guckt euch den Blog an. Macht's gut.